Und somit herzlich willkommen zurück im Taxi live. Alter Schwede, habt ihr das gesehen? Ich glaube, der war wahrscheinlich am Handy, oder ist eingeschlafen und voll in die Bettaubsprünge reingeprallt. Das sah gerade ein bisschen crazy aus. So, da sind wir wieder bei der La Rambala Strasse. Ich habe ja aus Versehen da jemanden angenommen, der ziemlich weit unten ist. Und wir jetzt einen riesigen Umweg machen mussten, um überhaupt hierher zu kommen. Aber gut, was macht man nicht alles für ein paar Gäste? Ich muss sagen, es ist doch ziemlich akkurat nachgebildet, die Stadt und die Strassen. Auch wenn man eben noch ein bisschen mehr Richtung Realität gehen könnte, was so Schilder angeht oder Werbung oder Namen von Gebäuden. Weiss ich eben, diese zwei Bilder hier wiederholen sich sehr häufig. Museo de Barcelona und Cine. Also Kino. Und das steht hier oben drüber, obwohl es ja gar kein Kino ist oder Theater. Aber gut, wir sind jetzt erstmal hier bei den Fahrgästen. Würde einsteigen. Wow. Die will einfach die ganze Strasse wieder hoch. Okay, why not. Ah, remove this awful bug from the window. Okay, das ist nice. Das ist irgendwie cool. Ist mir gar nicht aufgefallen, sorry. Danke für die Erinnerung. Für das müssen wir jetzt wieder ganz nach unten fahren, um dann nach ganz oben zu fahren. Das ist ehrlich gesagt ein bisschen doof an dieser Strasse. Wenn man irgendwie links abbiegen möchte, muss man ganz nach unten, um dann wieder hoch zu fahren. Das ist nicht so schlau gedacht. Sonst alles gut. Nicht zu Kato zu warm. 1,76 Kilometer. Mittlerweile ist es 2 Uhr in der Nacht. So wirklich ganz wenig los. Vielleicht gehe ich nach diesem Fahrgast wieder mal zur Garage. Und schlafe vielleicht mal bis es morgen ist oder so. Also ja, Nacht ist zwar schön gut. Schöne Beleuchtungen und so, aber... Läuft ein bisschen zu wenig. Es ist ziemlich leer, die ganze Stadt. Und ich hab's dann doch lieber, wenn ein bisschen mehr läuft. Ist es für dich heute? Wie gesagt. Ja, schuldigung. Ich habe mich über die Stadt nicht stoppelt seit diesem Morgen. Das klingt so schwierig. Ich bin froh, dass ich viel Geld für einen Tag auf ein bisschen Geld habe. Es ist schwer, um die Demand zu halten. Es ist nicht immer einfach, dass ich motiviert habe, aber ich bin schon dran. Es ist gut, dass du eine positive Attitüte betrachten soll. Ja, ich glaube so. Das war eine interessante Conversation. Naja. Mehr oder weniger. Da haben mir eigentlich 50 fallen. Wahrscheinlich nicht unbedingt, wenn ich hier so... Ähm. Ja, ist das auf Hochdeutsch? Ja. Mir fällt gerade das wohl nicht ein. Diese Dinge hier am Boden. Das sind ja keine Pöller. Das sind ja... Hügel. Schwellen? Geschwindigkeitsschwellen? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich bin jetzt dran. Hier rumgefahren. An diesem Platz. De Catalonia. noch mal links. Und dann gleich noch mal links. Und dann gleich noch mal links. Ich hoffe, die Fahrt war angenehm. Warte kurz. So. Vielen Dank. Tschüss. Gleich Level 8. 5 Sterne. 100 von 100. Blasa de Catalonia. 403 Euro haben wir verdient. Hört sich doch gut an. Ich würde zwar gerne hier in dieser Umgebung noch ein paar Fahrten mitnehmen. Aber es ist jetzt wieder doof dahin zu kommen. Wenn dann vielleicht eher ab dieser Seite. Oder vielleicht mal hier aussen den Ring entlang fahren. Und auch hier unten. What the fuck? Einmal hier drehen. Dann da lang. Da lang. Da lang. Dann hier nochmal drehen. Kannst du mir noch nicht sagen, dass das so kompliziert ist. Kann man nicht irgendwie von hier... Ja, schon viel besser. Dann machen wir das so. Dann nehmen wir die zwei hier noch mit. Das Fragezeichen hier. Dann mal schauen wie der Tankvielstand ist. Und dann vielleicht eben... Ups. 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 Hier unten. Einmal den Aussenring entlang. Bis hier unten wieder. Oder diese Herausforderung mitnehmen. Ja, mal schauen. Wir haben ja in dieser Folge noch ein bisschen Zeit. Mitnehmen. Und dann einfach ein bisschenhörig. Dann müssen die Seite noch ein bisschenhörig sein. Wenn die Seite noch ein bisschenhörig sein kann. Das auch wenn... Enf. Wie ist die Seite noch ein bisschenhörig sein? Es ist grün für uns. Hier darf man doch rechts abbiegen, oder nicht? So eine Saseinbauer. Ja, wow! Direkt vor der Polizei, hast du gut gemacht. Ach ja, das Auto sieht aus wie... Direkt vor der Polizei, hast du ja gut gemacht. Pssst, ich hab die Polizei. Außer die Polizei. Es war jetzt doof, dass die genau da war. Pssst. Naja. Was will man da gross machen? Der Unfall ist immer noch hier. Jetzt haben wir vorne und hinten eine Beule, sehr schön. Das Auto zieht irgendwie ein bisschen nach rechts. Oh shit. Ein bisschen zu schnell geworden. Dann wieder die La Rambala runter. Aber dann gleich mal irgendwo rechts in die Seitenstraße hinein. In die kleine Seitengasse. Um dahin zu kommen, wo wir hin wollen. Und den zu grossen Umweg zu machen. Gleich die erste hier rechts. Warte, wir fahren lieber von außen. Da sieht man ein bisschen mehr von der Umgebung. Wenn die Kamera da nicht mitmachen würde. Das ist eigentlich schön gemacht. Ich finde ja diese Seitenstraßen eigentlich am besten. Wir sehen. Von dem was wir gesehen haben. Weil hier ist eigentlich ziemlich viel Leben. Also ja im Moment sowieso nicht. Da ja Nacht ist. Aber auch von den Props her. Es steht viel herum. Es sieht lebendig aus. Authentisch. So in dem Sinne. Auch mit den ganzen Graffitis und so. Magpa Musee da Contemporane de Barcelona. Museum für Zeitgenössische Kunst Barcelona. Das ist jetzt nicht so ein schönes Gebäude. Da fand ich das Schifffahrtsmuseum besser. Abteilung für Kunstgeschichte. Find ... GeINA, frage ich bleib stata decided. coordinates chorus Herr Schiff Petrus, da kommen wir fahren im Umfeld. Einfach so mittendrin, eine alte Kirche. Petrus Nolaskus. Mittendrin, in den Gebäuden. Crazy. Ich weiss gar nicht, wie alt ist die Stadt Barcelona an sich so. Das ist glaube ich schon ziemlich alt. Allerdings fällt mir gerade auf, hier hinten fährt gar kein anderes Auto. Jetzt um die Kirche noch von vorne. Ja, sieht schon schön aus. Ich habe fast wieder ein Moped mitgenommen. Kurz mal ein bisschen Rasen. Was machst du? Entscheide ich rechts oder links? Ah, jetzt sind die Einbahnstraßen wieder. Junge Frau, also bitte. Deshalb muss man hier seinen Umweg fahren. Sieht auch cool aus mit dem Schatten. Das ist auch einer von wenigen Simulatoren, bei dem es... Fussgänger gibt. Die man überfahren kann. Oder aufpassen muss. Weil die sich halt auch nicht unbedingt immer an die Regen halten hier. Und einfach über Rot gehen. Und was ist denn das jetzt hier komisches? Ups. So, das Folgezeichen war wieder ein Graffiti, wenn ich das nicht gesehen habe. Ich erkenne es gerade nicht ganz so. Graffiti Nummer 2. Okay, irgendwas mit Wasser und Wellen sieht cool aus. So, ich parke mal hier. Obwohl das ja kein Parkplatz ist. Und dann wollen wir hier noch auf die Strasse fahren. Könnten auch dahin noch fahren. Und dann hier runter, wenn das geht. Ja, das geht. Und dann kann man das hier mitnehmen. Und das machen wir noch ganz kurz in dieser Folge. Also, ganz kurz ist wahrscheinlich falsch. Falsche, ähm... Ausdrucksweise. Also, das ist doch ein bisschen länger wahrscheinlich geht. Weil eben die Wege so doof sind. Und da es mit Einbahnstraßen geschmückt ist. Und auch ein schönes Detail, dort wo ein Restaurant ist, ist es ein bisschen mehr los als sonst. Also fährt man zumindest auf. Falls das so gewollt ist. Und auch das eigentlich die unteren Schaufenster, wenn man reinschauen kann, 3D-modelliert sind. Und hier überall die schönen Postkartenständer und Magnetständer, wie man sie kennt aus den Ferien. Sehr nice. Okay, wait. Ah, da darf man nicht lang wieder. Schöne kleine Details. Das war jetzt unnötig. Ich hätte es auch kurz warten können. Du hast entdeckt, Kirche des Heiligen Petrus, Kunst... Hä, was? Haben wir ja schon. Wieso kommt jetzt das nochmal? Graffiti Nummer 4. Diesen Gesicht. Sieht man auch wieder fast gar nicht. Wenn man die Kamera so doof setzen kann, gab es das nicht schon irgendwo anders? Ah, jetzt darf man hier nicht rechts fahren. So, ich würde jetzt sagen, das war es erst mal wieder. Wir parken jetzt hier ein. Rückwärts. Durch die Spiegel. Und hoffen, dass das gut rauskommt. Ich bin mir jetzt noch nicht so sicher. Kann ich eigentlich in real life ganz gut, aber... Hier mit diesen Spiegeln ist es ein bisschen schwierig. Ja, ich bin nicht ganz so zufrieden, wir stehen viel zu weit draußen. Wir lassen das noch kurz vorbei, das Auto. Wir lassen das noch kurz vorbei, das Auto. Wir lassen das noch mal kurz korrektur. Das mit den Park-Sensoren finde ich cool, dass das eigentlich auch so gut funktioniert. Okay, oh wait. Ich will schauen. Ja, doch, das funktioniert ziemlich gut. So bin ich schon mehr zufrieden. Ich probiere noch ein bisschen nach Bonusson. Ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut. So, dann würde ich sagen, war es das für diese Folge von Taxi Live. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Mal schauen, wann das wieder sein wird. Denn ich glaube, ich mache jetzt erstmal eine kleine Pause. Das waren jetzt ein paar Parts. Und warte ein bisschen ab, bis neue Updates kommen. In der Hoffnung, dass dann irgendwann mal auch mein Lenkrad funktioniert. Und das Spiel ein bisschen weniger buggy ist. War ein schöner Einblick. Hat mir eigentlich größtenteils gefallen. Gab ein paar keine Kritikpunkte von meiner Seite aus. Die ich ein bisschen bemängelt habe. Zum Beispiel eben, ähm, ja, wo fangen wir an mit dem Preis zumindest schon mal. 35 Franken, Schweizer Franken, für ein Spiel, was, ja, ziemlich buggy ist. Oder sie zumindest so rüberkommt. Weil die KI ist ziemlich doof. Wie man manchmal sieht. Aber manchmal auch wieder sehr schlau. Ähm, es gibt viele Unfälle. Ich weiss nicht, ob das wirklich so gemeint ist von den Entwicklern, dass da wirklich irgendwie bei, keine Ahnung, bei einer Fahrt 10 Unfälle passieren, wie jetzt hier, wie man hier gesehen hat. Ansonsten, die Musik könnte man noch ein bisschen ändern. Also da gibt es zu wenig Auswahl. Man sollte die Spiegel einstellen können, würde ich sagen. Wäre ziemlich gut, wenn das machbar wäre. Weil sonst sieht man wirklich gar nichts. Also ich finde die schlecht eingestellt für meine Sichtweise. Ähm, ich habe ein Lenkrad zu Bord. Zumindest für mein Lenkrad wäre cool. Aber ich weiss nicht, ob das wirklich implementiert wird. Ich habe ein Phanatek-Lenkrad. Ich habe ein Phanatek-Lenkrad. Ziemlich teuer, ziemlich hochwertig. Und ich weiss nicht, ob die Entwickler darauf ausgehen, irgendwann alle Lenkräder zu supporten. Und ja, ansonsten eigentlich macht das Spiel Spass. Wie man ja gesehen hat, es hat wirklich einen guten Wiedererkennungswert. Also eben 1 zu 1 sollte die Karte sein. Und ich kann jetzt zumindest von meiner Seite aus sagen, bei der letzten Sighting-Tour-Folge, dass das ziemlich akkurat ist. Und man hat ja gesehen, dass ich wirklich doch ein paar Dinge wiedererkennt habe. Was ich ziemlich nice finde. Und wirklich so wirklich 1 zu 1 eben. Auch von den Strassen her. Also die Map, wie ich es jetzt verglichen habe mit Google Maps, sieht ziemlich akkurat aus. Finde ich cool. Und auch ein paar Dinge, zum Beispiel eben ein Schadensmodell, finde ich cool, dass es das drin hat. Dass das Auto schmutzig werden kann. Oder das vorher, wo der eigene Fahrgast hier gemeckert hat, wegen einem toten Insekt auf der Scheibe. Solche Sachen finde ich cool. Das sind keine Details, die ein Spiel ausmachen. Von daher bin ich gespannt, wie es da weitergeht. Ich meine, das Spiel ist ja eben erst draussen und wird sicherlich noch ein paar Updates bekommen. Und ja, mal schauen, wie sich das Ganze entwickelt. Von daher, vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal bei Taxi Live. Tschüss.